Willkommen zu einer weiteren Runde von LIFE IS STRANGE BEFORE THE STORM Er ist kein Pudel. Joa, französisch für was? Na ja, gut. Rachel will mehr wissen. Ich hoffe, ich kann Frank überzeugen, dass es mir gefährlich ist. Mann, ich bin nur interessiert. Was ist das Problem? Idiot. Ich mache Geld mit einem Discretten. Es ist nicht so, dass du eine Konfidentialität verabschiedst. Du kannst nicht mehr Discretten sein. Nein. Ich schütze meine Kunden. Happy Kunden sind die Grundlage für ein guter Geschäft. Ich habe einen Traum, der letzte Nacht, über eine Klaue, die in Arcadia verabschiedet hat. Du, auch? Siehst du? Wir sind viele, Frank. Wir haben was in common. Ja. Ich weiß nicht. Warum bist du so mit dieser Klaue? Oh Gott, Frank. Ich bin so sensitiv. Ihr habt eine Sache dabei? Mixing business with pleasure? Also? Du sagst mir, wer das war? Christoph! Du schütztest? Ich sage dir nichts, okay? Du hast dich nicht so schützt. Du schütztest? Drei Sekunden von Peace und Quiet ist alles, was ich will. Okay. Okay. Ich bin gut. Du hörst das Klaue? Ja. Ich, äh, habe ich gehört ein paar Sachen über das. Ich bin so schützt. Ich bin so schützt. Mein Freund Damon, der Platz läuft. Er hat sich viel Geld verloren, letzte Nacht. Wie ist das für dich? Du verlierst hast du irgendwas in der Feuer? Nein. Aber ich werde wahrscheinlich in die Klaue, was ich mit dem, was ich mit dem, was ich jetzt mit dem, was ich jetzt mit dem, was ich jetzt. Lange, er hat sich ein paar Sachen, die ich nicht mag. Aber ich sehe nicht, dass ich mit ihm viel Leverage mit ihm habe, wie ich damals hatte. Insofern, du und ich haben Scheiße zu diskutieren. Ist das über den 1.75 Dollar? Was? Das Geld, das ich dir? Oh, ja, ja, nein, ich gebe keine Scheiße über das. Warte, hast du es? Du hast nicht mehr Geld? Ich hoffe es. Na gut, denn ich brauche alles, was ich habe. Du bist ein Schmerz. Ich habe größere Probleme. Abonniert meine Notebook. Die letzte Seite. Da muss ein paar Entrenungen für ein Kind wie Drew. Du kennst ihn? Drew North? Ja, er ist... Holy shit. Das ist viel Geld. Drew schlägt Oxy für Damon. Wahrscheinlich haben die Fußballspieler ihn wie Kandys. Das ist smart. Ich denke. Es betrifft gut? Geh, Bigfoots. Das Problem ist, Drew schlägt mir einen großen. Und er hat nicht meine Beispiele. Du kennst, was mit ihnen passiert? Nein. Ich habe nie mit ihm gesprochen. Oder sein Typ. Niemand ist nur ein Typ. Preis. Anyway. Hier ist der Job. Ich nehme dich nach Blackwell. Geh in Drews Room. Find das Geld. Und ich habe dich gefunden, um es zu holen. Kannst du das anhalten? Das fühlt sich nicht richtig an. Was springt dabei für mich raus? Hm. 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 Idiot. Du gehst mir immer noch. Also, wenn ich das mache, dann sind wir gut? Das. Das. Und ich mache es noch besser. Ich gebe dir einen 10%-Kluss von Geld. Okay. Ja. Natürlich. Ich mache es. Da wir ja gerade Geld brauchen. Was ist das Problem? Es wird vielleicht ein bisschen schwer sein. Ich sollte nicht in Blackwell sein. Ich wurde heute Morgen verabschiedet. heute Morgen. Herzlichen Glückwunsch. Es ist noch einfacher für dich auf dem Kampus, als für mich. Wenn du überhaupt nicht kannst du diesen Preis... 100 Dollar näher zu verlassen bei Arcadia Bay. Mit ein wenig Geld und der Truck fixiert. Rachel und ich können wirklich das machen. Wir können das gut gehen. Ich werde das machen. Ich werde das machen. Kein Problem. Da reichen nicht ein paar hundert Dollar für. Mädel. Das ist ein Traum. Nun gut. Uns wird nichts anderes übrig bleiben. Wir werden uns das erstmal hier irgendwie reinschleichen dürfen müssen. Wie auch immer. Gucken wir mal. Vielleicht können wir hier ein paar Kaffetis hinterlassen oder so. Ich auch nicht. Ich bin nicht. Vermutlich schiefer als schief. Was ist? Äh. Hm. Die gute Rachel. Eine neue Nachricht. Wieder in der Schule. Sie haben Zelte als Umkleiden aufgebaut. Was machst du gerade? Ich bin auch hier. Erledige was für einen Dealer. Äh. Für meinen Dealer. Oh. Echt böses Mädchen. Kommst du vorbei, wenn du fertig bist? Hilf mir mit der verdammten VC in meinem Kostümsituation. Geht klar. Okay. Dann dürften wir hier wahrscheinlich eine Zusammenfassung haben von dem, was wir gemacht haben. Das hatten wir ja schon. Okay. Jo. Moment. Die Spendentafeln. Na gut. Die kennen wir ja im Prinzip schon. Okay. Okay. Kurz auf der Bank verweilen. Einmal durchschnaufen. Kurz überlegen, wie wir vorgehen wollen. Um an die Dinge zu kommen, die Frank haben will. Das funktioniert nicht anders. Ich bin jetzt noch nicht mehr hier. Es ist nicht meine Schule. Ich habe keine Schule. Aber nichts fühlt sich anders. Alles noch fühlt sich... ...hier. Und hier bin ich. Ich bin jetzt in den verdammten Dorn, damit ich Geld verdienen kann, das Drew meinen Drogenbewerber zu verdienen. Das wird großartig gehen. Ein Flyer. Wir sind die größte Ressource von Blackwell. Oh, oh, naja. Einfach nur. Gut. Zurück. Hi, Steph. Na? Jetzt aber. Hey, Steph. Whoa. Hey, Kalamastia. Your shirt looks like the tea leaves they used to tell people's fortunes. How's my future looking? Bright and sunny. Surprised to see me on parole? I told you Wells was out to get you. That text was a rare courtesy, by the way. I don't normally get involved in other people's dumb decisions. Thanks for trying, but skipping yesterday was totally worth it. Skipping with Rachel Amber does have an appeal. Wow. Yeah. So, what are you doing here? Tja, ich erledige nur was oder äh, ich seh mir den Sturm an. Hm. Hmm. I'm just picking up something from somebody. It's for a friend. Now I'm really curious. What are you doing? What's all this stuff? I'm prepping for the Tempest show tonight. I'm the stage manager. Oh, right. Uh, I think I knew that. Honestly, the show's really good. It's worth seeing. I'm sure it is. I am worried about Victoria coming in now and trying to hog every scene, but the cast overall is fantastic. You get to see a totally different side of everyone, especially the guys. Okay. 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 I'm intrigued. Go on. Like Hayden's so annoying, but when he puts on that crown, he's actually very princely. And Nathan as Caliban, there's so much depth there. Right. Depth. Yeah, well. Good luck with all of that. Maybe I'll see you later. Hey. I wanted to ask you something. Shoot. I've been planning to make a move on Rachel, but not if you two were together. Make a move? So, are you? I mean, that's Rachels business. Or maybe yours in Rachels business. But if you feel comfortable telling me. You think we're together? You've been hanging out a lot, which I know might not mean anything, but I like to be extra careful about these things. I'm not sure. I'm... I... I don't know. It's... It's... confusing. You ever want to talk to me, Chloe? You know you can. Right? I'll see you later, Steph. Have fun storming the castle. Well... Steph is really schwer in Ordnung. Das kann man nicht anders sagen. Was man hier schönes. Dinge zum Durchsuchen. Yes, Chloe. Of course you may look through that. Das sind ja nun wirklich gute Zeichnungen. Sehr interessant. Steph's really good at creating fantasy worlds. I can see why Mikey prefers them to his reality. Ja, allerdings. Beispielhafte Arbeit, Stephanie. Deine Kreativität strahlt so hell wie die Sonne in Milan. Mr. Keaton. Jo, das könnte ich durchaus sehen lassen. Da ist doch die zukünftige Game Designerin schon zu sehen. Mal hier. Liebe ist Schwachsinn. Nicht immer. Okay. Ja. Liebe Steph. Wir sehen uns vielleicht später. Das Ding hatten wir. Warte mal hier. Ein Poster. Rachel würde das Haus herunterbraten. Wie kann Wells so ein Idiot sein? Tja. Allerdings. Das Poster kennen wir allerdings schon. Das braucht man noch nicht nochmal. Uns im Detail anzusehen. Und dann sehen wir mal zu, dass wir hier reinkommen. Es wäre ja auch... Es wäre ja auch... Es wäre ja auch... Es wäre ja auch zu einfach gewesen. Äh... Dann kriegen wir ja so Schlüssel hierher. Moment mal. Wen haben wir denn da? Ja. 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 ... Keine Mensch. Wir sehen uns. Ja, der habitted. genau. Und? Wir äh. Mhm. Was das eigentlich Hongirit invited Sie? Ah Uhm! Chloe? Uh-huh. Ich habe etwas über mich gelernt. etwas, das ich glaube, dass du vielleicht verstehen kannst. Ich habe gelernt, dass wenn ich etwas interessiert habe, dann ist es wahrscheinlich die richtige Sache zu interessieren. Forrest Fires, zum Beispiel. Du war die einzige Person, die meine Petition signed. Ich meine, die wirkliche. Da ist was dran. Du brauchst soziale Fähigkeiten? Du hattest recht. Das sehe ich auch so. Hm. Nun gut. Was hat es mit diesem Sprenkler da auf sich? Blackwell Academy. Konservative Wasser, seit... niemals. Hm. Okay. Irgendwas machen kann ich hier zunächst mal nicht. Ich brauche einen Schlüssel. Ähm. Dach der Herr. Ähm. Das ist, äh. Eine Tür. Zum Ansehen. Das ist, äh. Das ist, äh. Eine schöne, witte Tür. Ähm. Es fühlt sich, als ob es etwas missbraucht ist. Das ist nicht? Ähm. Es ist nicht so, dass ich es nicht mit Samuel stehen kann. Mhm. Es sieht sich auch so. Ähm. Ähm. Nice work, Samuel. Allerdings. Gut. Äh. Da liegen Schlüssel. Bingo. If only those keys were unsupervised. What's Samuel working on? The Sprinklers? Hmm. Mhm. Kann ich mit ihm reden? Macht das Sinn? Oder? How do I get Samuel out of there? It looks like he's working on... The Sprinklers? Hey, Samuel. Keeping busy? Always, Chloe Price. I didn't think you'd be returning to these Hallowed Halls so soon. Neither did I. I have the feeling it wasn't the books or bricks of Blackwell that led you back. Uh huh. W-what? You're here for someone. A special someone, yes? Allerdings. Rachel, Elliot, Drew, ich muss los. Hm. What do you think of Rachel Amber? Rachel Amber is a dragon made of diamonds. That's, uh, deep. Do you just make this shit up on the fly or do you like write it down beforehand? Are you angry all the time because you like the way it feels? Or is it merely a desperate defense against experiencing true intimacy with others? I think it's the last one. I think it's the last one. Uh huh. I'm going to go, man. Uh huh. It's been real. Uh huh. Uh huh. Uh huh. Mhm, 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 mhm. Okay, der ist da wegen dem Vogel. Piep, meins tut mir ja leid, aber... Ich muss dich stören. Mhm, mhm. So, kommen wir nicht weiter. Äh, da ist was zu futtern. Kann man das nicht wegnehmen? Ähm, das wäre doch zumindest, äh, eine Maßnahme, dass der Vogel dann nicht da hinfliegt. Anscheinend geht das nicht. Ich versuch's nochmal. Äh, mhm. Okay. Hm, das ist besser. Genau, da wollte ich ihn bei Ihnen haben. Bin ich auch. Dann brauchst du der gute Ivan auch nicht mal so, äh, mal renken. Gut, wo ist der Sprenkler? Da. Und, äh, ja. Wir schlagen mal zu. Ganz nach Chloe-Manier. Tü-tü-tü. Und? 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 Niemand guckt. Toc. Und nochmal Toc. Und? Oh, oh, das funktioniert. So, Chloe, dann, äh, mach dich mal auf den Weg. Erstmal schnell hier rein. Wir brauchen... ...die Schlüssel, die greifen wir uns mal. Und bei der Gelegenheit... ...sollte man vielleicht auch noch schnell ein Graffiti hinterlassen. Genau, sehr schön. Und, äh, dann werden wir uns jetzt als nächstes, äh, um einen gewissen ehemaligen Mitschüler kümmern, beziehungsweise um seine Räumlichkeiten. Das machen wir dann aber in der nächsten Aufnahme. Bis dahin, alles Gute!